Die nächste Generation des Zählerschrankes steht natürlich nicht nur auf dem Tisch, sondern wird auch an der Wand aufgehängt. Hierzu gibt es verschiedene Methoden der Wandaufhängung. Zum einen können wir das Gehäuse von innen an der Wand fixieren. Hierzu müssen wir die Abdeckung eindrücken und anschließend herausziehen. Diese ist an einer Seite fixiert und somit unverlierbar. Nach der Montage können wir die Abdeckung verschließen und stellen so Schutzart und Schutzklasse sicher. Außerdem haben wir die Möglichkeit zur Außenbefestigung. Hierzu wird die Befestigungslasche an das Gehäuse eingehängt und anschließend festgeschraubt. Und es gibt die Option zwei Gehäuse zu verbinden und als eine Einheit aufzuhängen. Mit der Wandaufhängung kann das Gehäuse sowohl aufputz, unterputz wie auch teilversenkt montiert werden. Sie wollen mehr über unser Gehäusesystem erfahren? Dann schauen Sie doch unsere anderen Videos oder auf die Webseite abn-elektro.de und jetzt sehen Sie doch auf einmal. Aus입니다. Vielen Dank.